Johanna-Maria-Baltensberger Rasmussen ist eine dänische Fußballspielerin. Die Spielerin steht beim schwedischen Verein Christian Stadts DFF unter Vertrag und spielt für die dänische Nationalmannschaft, deren Mannschaftskapitänin sie derzeit ist. Vereine Rasmussen begann ihre Karriere beim Verein B 1921 in Nyköbing-Pfalzda. Von 2002 bis 2007 spielte sie für Fortuna Jöring, mit dem sie 2003 im Finale des UEFA Women's Cup stand, das mit 1 zu 4 und 0 zu 3 gegen Umea Ika verloren wurde. Von 2008 bis 2009 spielte Rasmussen für Umea Ika und konnte 2008 die Meisterschaft gewinnen und 2009 DK Sekundenhalbfinale des UEFA Women's Cup erreichen. 2008 und 2009 erreichte sie mit Umea das Pokalfinale, verlor dort aber immer gegen Nyköpings FC. 2010 folgte ein Engagement bei Atlanta Beat und 2011 bei Magic Jack in der WPS. Seit 2011 spielt sie für Christian Stadts DFF. Nationalmannschaften 2000 nahm sie mit der U17-Mannschaft am Nordic Cup teil, bei dem die dänische Mannschaft den fünfte Platz belegte. Mit der U19-Mannschaft nahm sie an der U18-TM teil, wo Dänemark Dritter wurde und 2002 an der U19-EM bei der Dänemark im Halbfinale ausschied. So wie der U19-WM bei der im Viertelfinale gegen den späteren Sieger USA das auskam. Am 17. Oktober 2002 debütierte Rasmussen in einem Spiel gegen Deutschland in der dänischen A-Nationalmannschaft. Sie nahm an den Europameisterschaften 2005, 2009 und 2013 sowie an der Weltmeisterschaft 2007 teil. In bisher 110 Länderspielen erzielte Rasmussen 30 Tore und ist damit fünftbeste Torschützin der Nationalmannschaft. Ihr hundertste Länderspiel machte sie am 8. März 2013 beim Algarve Cup-Gruppenspiel gegen Norwegen. Nach dem Rücktritt von Katrine Pedersen ist sie derzeit die aktive dänische Nationalspielerin mit den meisten 100 Länderspielen und die beste aktive. Torschützin Erfolge Schwedische Meisterin Metumia I.K.